Hi, willkommen bei Kids with Love. Willkommen zu unserem ersten Spiel. Heute tritt Team Farbe gegen Team Leo Parton. Wir spielen heute Sitzkissenweitwurf. Ich habe hier meine Kollegin. Wir spielen Best of Three, also drei Runden. Jeder hat drei Versuche und wir schauen, wer am nächsten an der Wand landet, ohne sie zu berühren. Let's go! Runde 1, Team Leo beginnt! Okay, damit steht es ganz klar. Team Leo 1, Team Farbe 0. Runde 2, Team Farbe beginnt. Halt, stopp mal. Das hat doch die Wand berührt. Videobeweis. Okay, auch wenn ich das schon verloren habe, ich drücke ein Auge zu. Team Leo 2, Team Farbe 0. Runde 3, Team Leo beginnt. Oh Gott, totale Blamage für Team Farbe. Es steht 3 zu 0 und wir haben einen Gewinner. Echt? Ja. Die ganzen Sitzsäcke gibt es natürlich auf unserer Website. Auf www.kidswoodlove.de 2, Team Farbeors.de 0, Runde 3, Team Farbe 0